Hallo Leute, nehmt euch doch noch an das Breaking Bad Video. Hier ist das Fass und bald kommt das Assassin's Creed Video. Hier ist das dazugehörige Boot. Ja. Das müsst ihr eben jetzt schnell sein, sonst kommen irgendwelche kleinen Fenster und holen sich das. Jetzt zeigt Robin mal, wo wir gerade sind. Ich zeig mal, wie schön dieses Boot ist. Es spielt eine Major Rolle im Assassin's Creed Video. Und wir haben das jetzt hier versteckt und ihr könnt euch das holen, ihr Weimarer. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Und ihr wisst ja, das Breaking Bad Video ist jetzt schon 1-2 Wochen her. Das Fass liegt immer noch hier. Also, wenn ihr das wollt, könnt ihr auch da zuschlagen. Jetzt zeige ich nämlich euch mal, wo das ist. Jetzt gehen wir hier raus. Hier. Hier. Gebürtige Weimaraner. Die wissen natürlich schon, was das ist. Hier Monami. Ne, wie heißt die Scheiße. Anna Amalia. Schloss, Anna Amalia, Turm. Da an der Hecke. Da liegt ein geiles Fahrrad. Warte. Und jetzt mach mal einen sexy Dance. Mach mal den Sonic Dance. Los. Keine Ahnung, wie der Gegend... Genau. Und wer zuerst holt, malt zuerst. Da drinnen. Wir verteilen mal wieder Geschenke. Wir sind voll sozial. Ja, ja, sozial. Abonnieren, Daumen hoch, favorisieren. Eigentlich sind wir nur zu faul, unseren Müll wegzuwerfen. Haben wir doch jetzt weggeworfen. Die Fans können selbst erscheinen, ob es so für Umweltschutz sind. Okay. Also. Holt es euch. Oder nicht.